Kap Vital ist Marktführer für Kurreisen nach Marienbad. Steigen Sie ein. Von Berlin über Hamburg und Köln bis München können Sie in vielen deutschen Städten bequem zusteigen. Wir kooperieren bundesweit mit Busunternehmen. Damit ist für Ihre Hin- und Rückfahrt bestens gesorgt. Mit uns reisen Sie bequem ohne umzusteigen in das Herz des tschechischen Bäderdreiecks nach Marienbad. Hier werden Sie bereits von unserem Serviceteam am Hotel erwartet. Viele Häuser in Marienbad wurden in den letzten Jahren stilvoll renoviert und geben dem Kurort Stück für Stück sein Flair zurück, welches es im 19. Jahrhundert zum Kurbad der Kaiser und Könige gemacht hat. Genießen Sie die unvergesslich schöne Jugendstil-Architektur beim Flanieren durch das historische Stadtzentrum. Genießen Sie die Parks, die heilsamen Quellen und die wunderbare Höhenluft des malerischen Kurbads. 40 heilende Quellen sprudeln in Marienbad. Gönnen Sie sich eine Trinkkur mit unserem Heilwasser und trinken Sie sich Schluck für Schluck gesund mit dem mineralstoffreichen Sauerbrunnenwasser. Als täglicher Treffpunkt sind die Kolonnaden Mittelpunkt des Kurbetriebs und täglich treffen sich hier die Kurgäste zu einem gemütlichen Plausch auf einer sonnigen Bank. Unsere Hotels sind alle dort, wo das öffentliche Leben stattfindet – im Herzen von Marienbad. Cap Vital sucht seine Hotels in Marienbad höchst sorgsam aus. Familiär gemütlich oder stilvoll elegant – wir haben für jeden Geschmack und in jeder Preisklasse ein umfassendes Wohlfühlpaket im Hotel dabei. Cap Vital Reisende sind immer einen Schritt voraus. Gesundheit und Bewegung gehören bei uns zusammen. Kuren Sie, genießen Sie oder seien Sie aktiv bei Nordic Walking, Wandern oder Wellness. Cap Vital hat in Marienbad den Nordic Fitness Sport Park gegründet und bietet seinen Kurgästen ein wöchentliches Aktivprogramm mit Betreuung an. Zu unserem medizinischen All-Inklusiv-Paket gehört das ärztliche Empfangsgespräch und 20 Kuranwendungen, die der Bäderarzt Ihnen verordnet. Gesundheit und Bewegung ergänzen sich in Ihrer Kur optimal. Machen Sie den ersten Schritt – für jeden Gast ist die richtige Einstiegsdosis dabei. Sie brauchen eine Beratung? Im Herzen von Marienbad haben wir für Sie ein eigenes Service Center eröffnet. Hier werden Sie während Ihres Aufenthalts aufmerksam betreut. Sieben Tage die Woche kümmern sich unsere Mitarbeiter um Ihr persönliches Wohlergehen. Es gibt viel zu erzählen über die Leistungen von Cap Vital und über eine Kurreise nach Marienbad, der Perle im tschechischen Bäderdreieck. Lassen Sie sich von der Schönheit des Ortes und der Gastlichkeit Ihres Hotels verzaubern. Wir wünschen Ihnen eine wunderbare, erholsame und gesunde Zeit in Marienbad. . Er ist währenddorf und die straightforward mehr 재미있는 Gespräche.